hallo und willkommen zurück wirtschaft wir brauchen kohle steigt die kohle die hält sich auf einem niveau also können wir erst mal durchziehen gut stahlwerk erforscht ok das kostet mich eigentlich ein stahlwerk was kostet mich jetzt ein stahlwerk nur holz gut dann erforschen wir das nächste heizung machen das das ist ja rohnahrung ne ja das reicht für zwei tage wir sollten heizung betreiben wir machen erst mal dass die arbeitnahme stahlwerk wollen wir ein stahlwerk hin long gut weg ähm super jetzt brauchen wir auch stahl ich gar nicht verkehrt denn erforschen wir gleich noch heizung wie viel holz haben wir jetzt hier noch um zu fliegen 1200 ja immer so viel holz hier an sich ne wir müssen jetzt erstmal nur zusehen dass die londoner uns hier nicht auf die an die kandare pissen ingenieure 17 verfügbar ich habe noch echt versucht in der werkstatt hier hin zu sitzen machen wir die mal bringt das irgendwas wollen wir nicht generatorleistung hoch jagen ich glaube das klingt nach dem plan ich glaube das klingt wirklich nach dem plan hier die heizung generator machen wir erst mal warum hält sich relativ stabil wird aber auch irgendwie nicht mehr wärmer schwierig muss die hoffnung hoch treiben ich nicht wieder neun stunden overdrive was soll ich machen ich habe ich habe mich verskillt habe käse gebaut definitiv arbeiter habe käse gebaut definitiv es war nicht geil aber ich hätte hier nichts anderes machen können es wird noch kälter was ist eine wachstation zu öffnen was ist eine wachstation ach du heiland wo kriege ich eine wachstation her heute ein haus äh hat man sternen bewohner im duell hoffnung sinkt gleich prozesse können im wirtshaus arbeiten nein kinder arbeiten alle arbeiten nein die tetslehrlinge äh das plan lust der hoffnung durch todesfälle wird halbiert im zerhaltung radikaler behandlung ok zusatzstoffe suppe noch zu niedrig ok wie brauche ich eine wachstation ach die muss ich erst hervor machen schicken um sie ich glaube wir steuern auf den untergang zu was ging das jetzt gleich wieder man woher hat der afrikaner wie noch da wo kriege ich eine wachstation her ich aha wo kriege ich eine wachstation her wie soll ich hier auf die hä taktiken fliehen die jäger wo kriege ich wo kriege ich jetzt heizung nee unten zonierte zonalisierte hä überlege gerade wo ich eine wachstation herkriege ich eine wachstation gesundheit unterkünfte wenn denn muss tier sein hier gibt es krankenhaus das wäre ganz geil baracken wäre auch ganz witzig okay repose herbedingungen kranken krankenstation ist das ähm die recht wetterfest ist ja okay wir brauchen aber erstmal eine heizung richtig so aber wo kriege ich das wach wachturm wie eine wachstation her das ding zur wachstation ausbauen hä hä oh eine morgenversammlung wachstation 14 stunden hier einen tag und 14 stunden wie lange habe ich für die wachstation noch zeit oh das wird reichen jetzt machen wir erstmal die heizung klar oh Gott das nochmal gedreht kriegen ich hab keine gut alle kranken sind versorgt gut hätten wir das hier brauche ich das nicht ja jetzt komme ich mit dem forschen nicht mehr hinterher ne so mhm Gewerk jetzt komme ich definitiv nicht mehr damit hinterher kann ich das jetzt machen weg nur ein tag neun stunden ok na fliege ich wieder raus oh Gott Trägliches Maß. Gott. Ja. Es ist abgelaufen. Es hält sich noch sehr stabil. Hier. Ja. 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 Das ist gerade sehr, sehr schwierig. Momentan echt nur zugucken. Ja. Ja. Außenposten errichten. Werkstatt. So. Das würde ich jetzt erforschen. Heizung. Wideratorleistung. Zehn Stunden. 13 Stunden. Ich muss das voll besetzen. Ahl haben wir. Holz haben wir. Ruhle haben wir. Jetzt müssen wir langsam mal Gas geben. Die Sachen jetzt erträglicher. Ja komm. Tag. So. Jawohl. Das passt. 22 stunden noch übrig wachstation ein paar tage noch müssen wir genau überlegen was wir tun wir müssen jetzt wachstation bauen denn borschen generator effizienz und wir machen das stahl haben war wir müssen waschstationen bauen dann hätten wir noch einen tag für die waschstation aber neun stunden dafür geben jetzt mal ein bisschen gas weg station zeichnen ordnung wachstation ok oh die dinge tag wohl ständig deine zeit ist kompatriert nicht wahr sein ich war so gut ich war einfach so gut nee ich habe mein bestes getan ok ok so probieren wir nochmal ich war so gut ok das kennen wir lass uns überleben ich starte mir da nochmal rein jetzt kann nicht wahr sein ich war so gut ok lass uns die kette bekämpfen so leertaste ok wir brauchen definitiv erst bei einer mannschaft die kohle sammelt gut max denn brauche ich auf jeden fall einmal rohstoffe die klappen wir hier ab und wiege das nachher so beibehalten das ist das zweite ding mehr haben wir erstmal nicht gut dann feuer frei wir müssen jetzt auf jeden fall heute den generator starten auf jeden fall geht es um überlegen. Wir nehmen das als Halbierung. Wir setzen hier unten. Bis zur anderen Halbierung setzen wir Häuser. Also A1. Ein Holz. Zack. Werde für einige Unterkünfte. Wie viel Zeit habe ich denn? Du hast zwei Tage Zeit für 80 Leute Unterkünfte zu bauen. Ich werde für alle Unterkünfte bauen. Ich werde es sowieso machen müssen. Jetzt habe ich zwei Tage Zeit dafür. Wir müssen jetzt strategisch vorgehen. Ja, wenn man über einen gewissen Punkt hinweg ist. Was haben wir hier? Wer ist im Hinterkopf behalten? Ein Ratschlag, ja. Die Londoner werden kommen und darauf müssen wir vorbereitet sein. Wir dürfen nur nicht zu schnell expandieren. Ähm, ja. Zack, 70. Also haben wir schon mal 10. Gut. Tagsüber machen wir das Ding wieder aus. Wir dürfen es nur nicht zu spät wieder anmachen. Krankheit. Ich brauche eine Krankenstation. Die brauchen wir doch oben hin. Die brauchen wir nicht zu spät wieder aus. Okay. Okay. Kritischer Engpass. Anstrengung. Rohstoffe sammeln. Okay. Notfallschicht. Nö. Notfallschicht. Brauche ich das? Was? Nein. Nö. Das lasse ich mir offen für wichtige Gesetze. Ich habe keinen Engpass. Leute, ich habe Kohle ohne Ende. So. Fährt runter. An die Arbeit mit euch. Wichtig. Unterkünfte bauen. Ein Krankenhaus bauen. Wie viel bräuchte ich dafür jetzt? 25 Holz. Dann sterben wir die Dinger. Ich euch nicht. 25 Holz. Runtergefahren. 25 Holz. Eine Sandistation. Die kommt nach da. Nahrungsmittel. Äh, ja. Das haben wir. Ohne Holz wird das nichts, ne? Gehen wir hin. Nein, wir sind mit Ingenieur rein. Gut. Die werden behandelt. Ja, aller Anfang ist mal wieder schwer, ne? Ja, so würde ich schon mal sagen. Ja, bis jetzt läuft's. Ohne Nahrung. Jagdhütte. Und das. Ja, das Problem ist, wenn wir müssen wir müssen hier eine Sammelhütte bauen. Komm. Raus. So. Jetzt, äh. Glaube. Ich glaube. Es wird wieder so kacke. Noch rechtzeitig noch was ran? Ne. Kritischer Engpass. Nein. Ich will das nicht unterzeichnen. Sprechen gebrochen. Oh, kacke. Diesmal läuft's nicht so geil. Definitiv. Nein. Jetzt ist uns ausgefallen. Ja, geil. Okay. Okay, komm. Schieß mal gleich mal Leute hin da. Die ich gleich machen sollen. Gucken wir mal, ob wir es überleben. Ich glaube, ich fange aber in der nächsten Folge nochmal komplett neu an. Der Start ist doch absolut scheiße. Oder? Äh. Ah. Okay. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwie rauskommen. So, kriege ich. Na, ganz toll. Das kriege ich hier gar nicht hin. Ähm. Ja. Ne Jagdhütte. Setzen wir gerade zu. Eine Speisehütte. Wir müssen handeln. Ähm. Ich fange in der nächsten Folge nochmal neu an. Das läuft nicht so geil. Gut Leute. Und ich beende die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis denn. Ciao.